Ab dem 1. September 2017 ist diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die sanierte Etagenwohnung liegt in Leipzig. 1903 wurde das Wohnhaus erbaut. Das Haus hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über eine Einbauküche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bei einer Wohnfläche von ca. 105 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 1.083 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Das wird für Überlegung des ZDF für funk, 2020.